Dass wir hier eben auf ein sehr hohes Level einsteigen, das finde ich schon sehr besonders, weil oft gibt es ja Vereine, die dann sagen, ja wir machen was für die Frauen und dann schicken es dort halt irgendwen hin, der das macht. Und es ist für mich schon besonders, dass wir jetzt auch gleich ein Standing haben, das sehr hoch ist und dass wir jetzt auch gleich Spielerinnen holen konnten, die eben schon hochgespielt haben. Und das war schon für mich auch besonders, dass wir so viele Spielerinnen überzeugen konnten, dass sie jetzt ihre aktuelle Meisterschaft aufgeben, um jetzt schon zu kommen in der Phase, weil sie auch bei diesem historischen Projekt dabei sein wollen.